Die Heike gegen die Vanessa Das ist ein spannender und fairen Kampf Ring frei Eins Zwei Weiter Ring frei Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Ring Stopp Der erste Kampf gegen Vanessa Es steht 1 zu 0 für Vanessa Es geht gleich weiter Es geht gleich weiter Es geht weiter Ring frei Stopp Entschuldigung Entschuldigung Noch mal zurück Ring frei Ende der ersten Runde Ende der ersten Runde Ein Ich Entschuldigung In Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 1,2,3,4,5,6,7,8, weiter. Stopp! In die Mitte. Und weiter geht's. Ring frei. Eins. Stopp! Ende der zweiten Runde. Es steht weiter in 1 zu 0 für Van Dijkstra. ed Ed 8 8 9 1 95 10 90 13 13 15 16 Okay, auf geht's zur dritten Runde. In der Mitte. Ring, zwei. Ring, zwei. Der Ausgleich für Heike, der steht eins zu eins. Und weiter geht's in der dritten Runde. Ring, eins, zwei, drei, vier. Weiter, weiter, weiter. Runde und das Ende des Kampfes. Kommen Sie zur Mitte hier, Vanessa. So, ich denke, dafür, dass die beiden zum ersten Mal gekämpft haben, haben wir einen sehr guten und spannenden Kampf gesehen. Und ich glaube, wir haben auch ein gerechtes Ergebnis gesehen. Eins zu eins, unentschieden. Und weiter geht's für Heike und weiter geht's für Vanessa. Das Ergebnis ist eins zu eins. Das war's. Ladies and gentlemen, our next match is between, in the red corner, Gabi. And in the blue corner, Stephanie. Zum einen. Gämpfしい. Begert. 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 1 Minute 50 Sekunden After 1 Minute 50 Sekunden The first fall in the red corner Is a gabby for a controlling hold Eddie, very nice 2 Minutes 20 Sekunden The second fall to gabby Vielen Dank. Exactly. The first fall by controlling the hold to Gaby. Gaby leads by two falls to one. One, two. Four minutes, 45 seconds. A third fall by controlling hold to Gaby. Okay. Watch this. Alright. Can send the component. Yes, buckets. One, two, three. Go. I'm still in control. Indie Mitchell. Thank you. Alright, ladies and gentlemen, after five minutes wrestling, the winner by three falls to one is Gaby. Clap. Thank you very much. And your applause for the loser, your applause for the loser, Steffi. And once again, the winner, three falls to one, Gaby. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Right. Thank you very much. I have a strong monitor from the audience. I have a strong monitor of the leadership of the wall. And if I see a imperfection, I can extend my forefront from the front. I have a比較 a straight up. One, two, three. One, three, three. One, one. One, two, three. I have a great memory of the field. One, two, three, two, one. One, two. One, three, two. One, three, three. One, three, 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 one. One, four, three. 5 secondes, the first call in the blue corner to Annette. 5 secondes, the first call in the blue corner to Annette. 5 secondes, the first call in the blue corner to Annette. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. 4 minutes 40 seconds, the first call by controlling hold scissors to Natalie. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. Come on. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. And in the red corner, Sabina. 5 secondes, the third call in the blue corner. 5 secondes, the third call in the blue corner to Annette. 6 secondes, the third call in the blue corner to Annette. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. 45 seconds of the second fall to Tatin. 6, 7, 8, 9, 10. I'll just hear you. Don't hear me about that. Right. Ladies and gentlemen, the result of this match is a win by two falls to jolly nearly one by Tatin. And a good round of applause for Katrine. Once again, the winner, Tatin. Thank you. 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 Thank you.